So, hi, das war mein Beginners Basic Workshop für Lindy Hop und ich fange an mit dem Grundschritt. Dann kommt ein Woodpecker, dann kommt einmal Charleston, Kicks und Press Around am Schluss. 5, 6, 7, 8, rück, drauf, Triple Step, vor, drauf, Triple Step, rück, drauf, Triple Step, vor, drauf, Triple Step, rück, drauf, Woodpecker, Peck, Peck, Rück, Triple Step, rück, drauf, He, re, Charles, kick, rück, drauf, Kick, drauf, Kick und Schritt, rück, drauf, Kick, drauf, Kick und Schritt, Mess around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,clock und rück.